Moinsen, ihr Füchse und Füchseinnen da draußen. Ich bin euer Blaufox und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Riesen 2. Ist immer noch ein Riesenspiel, ich sag euch das. Und wir sind aktuell auf der Insel der Toten unterwegs. Ist doch ein schöner Ort, oder? Da fühlt man sich doch wohl und gleich zu Hause. Ich glaube, wir waren ein bisschen am rumgucken, aber ich hatte, glaube ich, nur Zeit geschunden, weil ich noch nicht da rein wollte. Aber jetzt, jetzt habe ich genug Zeit geschunden. Nun gehen wir da rein. Jetzt geht's da rein, Leute. Nun gehen wir rein. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ich bin ganz aufgeregt. Ich bin ganz aufgeregt. Okay. Insel der Toten gefunden. Ja, das läuft. Das ist eine Muschel hier. Ja, aber die kann man nicht einsammeln. Ja, gut. Dann, äh... Wir gehen das entspannt an, ne? Wir gehen jetzt nicht straight rein. Erstmal gucken, was hier noch so ist. Erstmal umgucken. Das sieht aus, es könnte aus einem Kampfplatz oder sowas sein, irgendwie. So viel Platz hier. Einfach nur leere. Was mir aber sehr gut gefällt schon an der Insel der Toten. Es gewittert nicht. Das ist schon eine schöne Sache. Na gut, dann gehen wir dann doch mal rein, wa? Schauen wir doch mal, was uns da erwartet. Was ist das da noch? Ein Seestern. Aber der ist tot. Der ist eindeutig tot. Wer so flach da, Patrick Star-mäßig, auf dem Wasser einfach nur rum, äh, ohne Wasser, auf dem Land rumliegt, der lebt nicht mehr. Das ist vorbei. Eingang gefunden, du, das läuft. Oh, hallo. Da ist jemand. Guten Tag, ich hab grad keine Zeit, aber gleich. Was ist das? Ein herrlicher Ausblick. Da ist auch direkt ein kaputtes Schiff, ob man da wohl hin kann? Ah, ne, man kann ja nicht schwimmen. Schwimmen ist ja kein Thing mehr. Ähm, guten Tag, Tao. Es ist den Lebenden nicht gestattet, das Reich der Toten zu betreten. Hm, mhm. Ist das hier denn das Reich der Toten? Das sieht so normal aus. Ist das hier das Reich der Toten? Nein, ich bin nur der Wächter. Hinter dieser Pforte liegt der Zugang zum Totenreich. Okay, mhm. Der richtige Zugang kommt also erst noch, ja? Das ist hier nur sowas wie, du bist sozusagen der Türsteher, ja? Der richtige Zugang kommt also noch. Es ist der heilige Tempel am Ende der Schlucht, die hinter dieser Pforte liegt. Dort steht der Altar des Übergangs. Und von wem wird der bewacht? Von einer Horde untoter Kreaturen. Hm, untote Kreaturen sagst du also, naja, aber das kriegen wir glaube ich hin. Ich hab sehr viel geübt, was das angeht. Untote Kreaturen also. Ha, mit denen werde ich fertig. Die Untoten bewachen den Zugang in das Reich der Toten mit eifersüchtigem Blick. Ihre Macht ist groß. Vor allem hier. Kann ich mir vorstellen. Hm, hättest du hier ständig Wache oder wie läuft das hier? Macht hier so Schichtwechsel ab den Schichtmodell? Musst du stempeln? Ich frag nur. Hältst du hier ständig Wache? Ich wache über diese Pforte. Im Diesseits und im Jenseits. Ich geleite die, welche würdig sind, in das Reich der Toten. Ah, also man kann würdig sein, ja. Hast du auch schon einen Kapitän namens Stahlbart vielleicht geleitet? Also, frag für einen Freund jetzt, ne? Hast du auch schon einen Kapitän namens Stahlbart geleitet? Ich erinnere mich nicht an diesen Namen. War er denn würdig? Viel würdiger geht's nicht mehr. Ich muss mit seinem Geist sprechen. Halte ein! Du willst dich durch eine Horde von Untoten kämpfen, um mit dem Geist des Stahlbart zu sprechen? Und nicht vergessen, er ist würdig. Warum willst du das tun? Ich will Mara aufhalten. Und Käpt'n Stahlbart ist der Einzige, der mir dabei helfen kann. Mara! Sie hat schon viele Seelen ohne Rast in das Reich der Toten geschickt. Ja, und es werden bestimmt nicht die Letzten sein. Mara stört die Ruhe der Toten seit langer Zeit. Ich werde die Pforte für dich öffnen und dir den Weg ins Reich der Toten weisen, wenn du versprichst, den Rastlosen zur Ruhe zu verhelfen. Okay. Was erwartet mich denn da in diesem Totenreich? Was erwartet mich im Totenreich? So düster und kalt die Welt auf dieser Seite ist, so hell und warm ist sie auf der anderen. Das Totenreich ist ein Abbild dieser Welt. Doch Worte vermögen es nicht zu beschreiben. Du wirst es bald selbst erfahren. Hmhm. Was genau ist dieser heilige Tempel, von dem du immer quasselst? Was genau ist der heilige Tempel? Der heilige Tempel ist der Ort, an dem der Altar des Übergangs steht. Dort führe ich das Ritual der letzten Salbung durch. Dort gehen die würdigen Seelen über in das Reich der Toten. Verstehe und was unterscheidet die Untoten hier von den Geistern dort drüben dann im Totenreich? Was unterscheidet die Untoten hier von den Geistern im Totenreich? Die Untoten sind in der Welt der Lebenden gestrandet. Sie sind seelenlos und greifen jeden an, der ihnen zu nahe kommt. Ihnen ist nicht mehr zu helfen. Auch im Reich der Toten gibt es gestrandete Seelen. Doch für sie besteht noch Hoffnung. Die Seelen der Gestrandeten werden die einzigen sein, mit denen du reden kannst. Die Seelen derjenigen, die ihren Frieden gefunden haben, sind zu weit entfernt von der Welt der Menschen, als dass sie dich noch hören könnten. Okay. Gut, äh, wie komm ich da jetzt rein? Gut, was muss ich tun? Sterben. Ach komm, das muss einen anderen Weg geben. Nur der Trank des falschen Todes kann dich so nah an deinen Tod heranbringen, dass es mir möglich ist, dich ins Jenseits zu geleiten, ohne dass deine Seele aus ihrem Körper entweicht. Du musst den Trank des falschen Todes trinken und dich im heiligen Tempel auf den Altar legen. Nur dann kann ich dir helfen, auf die andere Seite zu kommen. Okay, und wo krieg ich diesen Trank her? Wie bekomme ich diesen Trank des falschen Todes? Ich werde ihn dir zubereiten. Bring mir sechs Handvoll Grabstaub. Aber bring mir nur fünf Blüten des Schwarzen Lotus. Und wo bekomme ich die Zutaten? Den Grabstaub findest du in den Gruften. Die Lotusblüte wächst an den Bäumen. Okay, ich werde tun, was du sagst. Lass mich doch mal da eben reingehen, ne? Ich werde tun, was du sagst. Lass mich hinein. Ich werde die Pforte für dich öffnen. Aber denk daran. Wenn du getötet wirst durch der untoten Hand, werde selbst ich dich nicht mehr retten können. Mich greifen sie nicht an. Ich werde im heiligen Tempel am Ende der großen Schlucht auf dich warten. Hier. Das wird dir helfen. Wir haben eine Pforte von der Insel erhalten. Das ist doch gut. Dann kann ich erstmal hier gucken. Hier wird nichts mehr sein, nehme ich mal an. Wir gehen einfach mal los. Gut. Auf geht's. Ich bin aufgeregt. Ihr seid aufgeregt. Nehmen wir mal gucken, ob hier irgendwas zum Looten ist. So oft kommt man ja nicht hierher. Na, dann mal los. Eine Fluchpuppe und eine Narrenkappe. Oh, oh, oh. Was ist hier denn los? Junge. Sehr unhöflich von dir und unsportlich. Muss ich ja sagen, ich war hier am Looten. War mich hier am Umsehen in dieser Gegend. Aber nein. Direkt wirst du belagert. Das ist sehr unfreundlich. Also da muss ich sagen, das, ne. Das fand ich nicht gut. Das fand ich nicht gut. So, wir machen mal runter weiter. Vorsichtig guckend. Wir können überall Gefahren lauern. Moin. Moin. Schön ist das ja hier, ne. Eher denn, Alter. Moins, Moins. Nachladen. Oh. Oh. Oi, 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 oide. Entspannt bleiben. Oh. Und wegrollen. Das ist gar kein Problem, du. Man muss, man muss nur wissen, was man tut, ne. Oh Gott, das wird doch witzig. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das. Den Speer sammeln wir auch noch ein. Wir wollen ja nichts zurücklassen hier, ne. Loot tut gut. Ihr wisst das. Ich weiß das. Wir alle wissen das. Und deswegen sammeln wir natürlich auch ein, was geht. Und was nicht nur nagelfest ist. Wofür man es braucht, wissen wir noch nicht. Aber das wird schon. So. Erst mal auf ein Map gucken. Also, wir haben hier linke Hand irgendwie so. Das sieht aus wie ein Kampfplatz. Jetzt komme ich dann doch noch an meinen Kampfplatz, ja. Was ist das? Schwarzer Lotus. Davon soll ich fünf Stück finden. Na, dann mal los. Eins. Zwei. Oh, oh. Ach, Fernkampf macht schon Spaß. Also, das ist schon, das ist schon eine schöne Sache, oder? Ganz ehrlich. Herrlich. Ich freue mich schon auf Magie in, äh, Risen 3. Oder wie wir Experten sagen, Riesen 3. Weil auch Riesen 3 wird einen Kampfplatz gefunden. Das ist, äh, okay. Wir mussten den finden. Das ist ja schön. Warum, weiß ich nicht. Aber das freut mich doch. Oh, ja. Ich habe nicht so ganz entscheidend, wen von euch zuerst Platz machen soll. Ich denke, das ist nur die Gunde. Oh, das ist aber eine Rumrollerei hier. Immer rollen, immer rollen. Lalalalalala. Wui, wui. Und. Ah, finish him. Ja, das läuft doch. Leute, das läuft. Das läuft. Ich habe mich gewundert, warum mich die Gegner so angreifen. Aber ja, wir haben ja gar keinen Kollegen dabei. Weil ja von meinen ganzen Crewmitgliedern sich keiner traut, hier mal in die Insel der Toten zu gehen. Das ist denen ja alles zu gruselig, ne? Oh, nee. Da trauen wir uns nicht. Da kommt sonst keiner zurück. Aber ich kann es ja nachvollziehen. Wenn das wirklich heißt, dass hier noch nie ein Leben da wieder zurückgekommen ist. Ganz ehrlich, hätte ich auch keinen Bock drauf, ne? Also würde ich mir auch nicht antun. So, hier irgendwas los. Erstmal nach Loot gucken. Hier haben wir nichts. Nichts. Eine verschlossene Truhe. Die kriegen wir wohl auf. Ja, das sieht einfach aus. Kampfmesser, Rum, Jadestein und Gold. Das nehmen wir doch gerne alles. Du, 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 du. Was haben wir denn hier noch? Schwarzer Lotus? Kann man hier irgendwas tun, ne? Was haben wir denn hier noch? Eine Schatzkarte. Der Schatz in der Groove. Okay. Mal sehen, was uns da erwartet. Was ist denn hier noch drin? Ein paar Pilze. Weiß nicht, ob ich mit denen zu Gemüte höre. Ah, Grabstaub. Eins von sechs. Aha, da sind wir noch ein paar Gruften. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob ich vorhin gründlich genug geguckt habe hier in den anderen Dingern. Immer noch mal checken. Jetzt, wo wir wissen, wie der Grabstaub aussieht, kann man ja noch mal im kleinen Blick riskieren. Aber ich glaube, da waren wir gründlich genug. Ja, das hätten wir gefunden. Okay, dann weiter. Also ich denke, wir müssen hier einfach durch die verschiedenen Gruften gehen. Rumgucken und dann wird das schon. Dann wird das schon. Da ist noch eine Gruft. Wir haben jetzt ja offensichtlich auch noch eine Quest, die sich hier irgendwo... Der Schatz in der Gruft. Jo, das ist ja... Die Gruft scheint etwas größer zu sein. Hier geht es rein. Da geht es rein. Da geht es rein. Und da geht es auch noch rein. Also, wir haben so noch ein paar Gruften am Start, ne? Wir gehen die natürlich alle ganz gemütlich durch. Wir haben es ja nicht eilig, ne? Kein Stress. Ganz entspannt machen wir das. Okay, wir haben da vorsichtig mal reingucken. Hallo, du. Na? Bis der hier ist, habe ich wieder nachgeladen. Da. Da. Wir brauchen den Digger auch noch gleich. Junge, junge, junge. Entspannt bleiben, bitte. Und weg. Und weg. Ah, ist das herrlich oder ist das herrlich? Das läuft einfach. Ich sage euch das. Das läuft. Wir haben das richtig durchgespielte Choreografie ist hier am Start. Bin begeistert. Schwerst begeistert bin ich. Okay. Oh, weiter. Mal reingucken. Oh, es wird hell. Es wird hell. Oh, nicht hell ist das hier drin. Meine Herren, du. Sehr hell für meine Augen. Gucken wir erst mal hier rein. Hier haben wir der Halsabschneider. Mit dem Dolch war er der Schnellste. Es war fast so, als würde ihm dieser stinkende Vogel alles Glück der Welt bringen. Selbst nach dessen Tod trug er immer einen Flügel seines verstorbenen Gefährten, weiß ich. Seine Spur verlor sich irgendwo am Südstrand der Insel der Dieben. Den Papageienflügel habe ich schon. Okay, gut. Schmerztöter. Poku-Pilz. Sonst aber nix. Eie, das ist ja... Geht auch vor Augen, ne, Leute? Ich sag's euch. Und hoch da. Bleiben wir mal ran und weiter durch die sehr, sehr helle Gruft. Mal da rein. Ne, ne? Okay. Moin. Direkt weggeballert den Wächter. Oh, da ist noch einer. Oh, ne, warte, erst mal den hier. Schön. Schön. Grabstaub. Ich wusste doch, hier liegt welcher rum. Herrlich. Und weiter. Ja, ich sehe genauso wenig wie ihr. Keine Sorge. Oh, das war gut. Komm, den letzten machen wir. Achtung, mit E. Jetzt hier. Ups. Na ja. Und tschüss. Er flippt doch so ein bisschen durch die Gegend, aber wirklich was gebracht hast. Jetzt auch nicht mehr, ne? Ne. Wo sind wir jetzt? Irgendwo anders. Okay, wir gehen einfach mal mutter weiter. Vorsichtig, aber ohne Hast. Tödlich sieht das hier ja aus. Dann nehmen wir mal mit. Ohne Erzader. Gerne. Wir werden es wahrscheinlich nie brauchen, weil ich niemals irgendwas mit Erz machen werde. Aber trotzdem, lieber Aram statt brauchen, man weiß es ja nicht. Vielleicht kommt nachher noch irgendwie, bringe mir 20.000 Erz oder so. Dann sind wir vorbereitet, ne? Und da sind Goldbrocken drin, die wir verkaufen können. Also insofern, wir kamen jetzt... Oh, hi. Oh, 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 oh. Bitte bleiben Sie entspannt. Ich höre immer noch Kampfmusik. Das heißt, hier ist noch irgendwo einer. Kommen wir denn noch eine Treppe hoch? Das sieht so aus. Sieht aber nur so aus, ne? Kommen wir nicht hoch. Da. Oh, ich bin hier. Hallo. Ne, 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 lass mal. Du musst jetzt nicht unbedingt auf mich werben. Das ist ja unhöchlich. Lassen Sie das bitte. Dankeschön. Also es muss wirklich nicht sein, ne? Oh, noch eine Erzader. Gerne, gerne. Immer rein da. Gibt man alles. Juhu. Dann haben wir hier noch eine kleine Truhe. Die kriegen wir auch locker geöffnet, ne? Das ist gar kein Problem. Ja, muss ich sagen. So und so. Dann so und dann einfach so. Ja, guck. First getried hier. Wir haben Grock, Schwert, Rolling, Hammer und Gold. Fünf Gold. Da hat wieder jemand seine ganzen Familien-Earnings weggespeichert, ne? Fünf Gold. Gut. Da hinten ist noch ein Schädel. Eben nochmal kurz gucken. No. Gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Dann gehen wir jetzt in diese Richtung weiter. Unten waren wir, dann gehen wir jetzt weiter hoch. Hier waren wir auch. Immer gründlich umschauen. Puff. Puff. Und puff. Okidoki. Ja, Hahn, bleib entspannt. Tempel des Diebes gefunden. Ok. Meine Lieben. Der Hahn. Er ist am Krähen. Und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle hier im Tempel des Diebes. Ist doch schön hier. Machen wir einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, ne? Lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentar und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Interpero. oeh? Bis dann. ita. ouh? detox. стр.